Hi, ich bin Anita. Ihr wollt ohne Planung und Strom verlegen schönes Licht im Garten? Mit mobilen Akkuleuchten gar kein Problem. Mobile Akkuleuchten sind super praktisch. Ihr könnt sie ohne Kabel und Steckdosen überall nutzen. So könnt ihr an einem lauen Sommerabend bei Dunkelheit euer Buch auch weiterlesen. Ihr könnt die Leuchte überall mit hinnehmen. Wenn ihr abends mit Freunden noch auf der Wiese sitzen wollt, habt ihr immer ein praktisches Licht dabei. Wenn es nicht mehr so hell sein soll, könnt ihr das Licht sogar dimmen. Eine Akkuleuchte auf dem Gartentisch ist echt praktisch. So muss man nach der dritten Runde Mau Mau wegen Dunkelheit nicht abbrechen. Da Akkuleuchten kein lästiges Stromkabel benötigen, machen sie sich auf dem Tisch echt gut und bieten ausreichend Licht. Und man stolpert auch nicht über das Kabel. Zum Aufladen nehmt ihr sie einfach später mit rein. Dort könnt ihr sie dann mit einem USB-Kabel und Adapter oder einer Powerbank wieder aufladen. Wer den restlichen Teil des Gartens auch noch in Szene setzen möchte, dem empfehle ich das Plug-and-Shine-System. Mit einer großen Auswahl an Leuchten und einfachen Steckverbindern führt euer Garten im Mut zu einem tollen Lichterpark. Schaut euch dazu einfach mein Video an. Bis bald, euer Anita. Bis bald, euer Anita. Bis bald, euer Anita. Bis bald, euer Anita. Bis bald, euer Anita.